Ich möchte mir mit euch heute nämlich sehr, sehr gerne nochmal das Thema Hideout.tv anschauen. Und einige Leute, vor allem von unserem Community-Discord, werden sich jetzt denken, wie, du kommst jetzt damit? Denn das Thema wird eigentlich schon sehr, sehr lange bei uns auf dem Discord besprochen. Für all die Leute, die übrigens noch nicht dabei sind, schaut da unbedingt vorbei. Link ist für die YouTube-Leute in der Videobeschreibung, für die Twitch-Leute. Gebt einfach Ausrufezeichen Discord im Chat ein. Und zwar handelt es sich hierbei ebenfalls um eine Seite, bei der man einfach Videos schauen kann und dafür dann Geld bekommt. Beziehungsweise man bekommt halt Punkte und die kann man dann auf gewissen Seiten gegen Geld eintauschen. Wir sehen hier auch direkt, es gibt sogar eine Google Play und eine Amazon App Store App, also auf jeden Fall keine iOS App. Und ich habe gerade das Gefühl, ich bin auf der falschen Seite. Ich habe einfach Hideout.tv eingegeben, jetzt ist hier aber auch noch Hideout.co. Aha, okay, das ist die Seite, wo man wirklich die Videos schauen kann, damit man das halt auch einfach am Computer machen kann. Also es gibt zur Auswahl, einfach am PC im Browser schauen oder hier die Google Play oder Amazon App Store App runterladen. Und dann schaut man sich hier einfach Videos an und kriegt dafür eben diese Punkte. Das große Problem ist jedoch und auch der Grund, warum ich dazu bisher noch kein Video gemacht habe, warum ich das nicht in meiner ganzen passiven Einkommensreihe und so weiter mit drin habe, dass das in diesem Fall im Gegensatz zu Loot gar nicht mal so passiv ist. Ich selbst habe das nämlich nie überhaupt getestet, da mir das von Anfang an, und das wurde mittlerweile auch mehrfach bestätigt, schon mit den Worten empfohlen wurde, dass man hier schon hin und wieder mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alle 10 Minuten ist, ich tendiere eher so zu jede Stunde, irgendetwas bestätigen muss. Also einen Button anklicken muss, von wegen, ich bin noch da, ich schaue noch zu, kenne einige ja vielleicht auch von Netflix, oder man muss irgendwie ein Capture lösen oder sowas, und dadurch ist es halt wirklich überhaupt nicht passiv. Und es gibt zwar ein paar Leute bei uns auf dem Server, die haben dann einfach zig Smartphones liegen auf dem Tisch, habe ich schon gesehen, und wenn man halt voll viele Smartphones hat, ist es natürlich kein Problem, denn klickt man da halt einmal pro Stunde überall drauf, im Endeffekt sind es aber so viele Geräte, dass es sich dann trotz, dass es nicht passiv ist, immer noch lohnt. Aber wenn man jetzt nur ein Gerät hat, man hat nur ein Windows-PC stehen, man hat nur ein Raspberry Pi oder so rumliegen, und guckt dann halt nur einmal Hideout-Videos, dann würde ich das ehrlich gesagt niemanden empfehlen. Vor allem, weil die Einnahmen, meines Wissens nach, auch nochmal etwas geringer sind als bei Loot, für die, die jetzt gar keine Ahnung haben, was Loot ist. Zu Loot habe ich nämlich in der Vergangenheit hier schon einiges hochgeladen, hier einmal mein Testvideo und dann hier auch noch ein Auszahlungsvideo, und da hat man halt ziemlich viel Geld verdient, das ist zwar aktuell auch nicht so, dazu aber an anderer Stelle nochmal mehr. In jedem Fall ist es hier aber nochmal weniger, und dann ist es noch nicht mal passiv. Dementsprechend hier meine Meinung zu Hideout-TV, ganz klar, kann ich eigentlich niemanden empfehlen, wenn man jetzt voll viele Geräte hat, oder zu den Leuten gehört, die sowieso jeden Tag die ganze Zeit davor hängen, immer wieder checken, auch täglich die ganzen Boni abgreifen wollen, immer wieder prüfen, ob irgendwas funktioniert, wie es mit den Einnahmen aussieht und so weiter, dann kann man das durchaus in Betracht ziehen, gerade jetzt in einer Zeit, wo Loot halt nicht so gut funktioniert. Aber als völlig passive Einnahmequelle ist das hier leider eher weniger zu gebrauchen. Dazu kommt dann noch, dass es genauso wie bei Loot auch nicht so einfach ist, das Ganze auszuzahlen, man muss hier wieder auf Drittanbieterseiten zurückgreifen, man kann das meines Wissens nach nicht nativ hier irgendwie per Paypal auszahlen, per Überweisung auszahlen, per Krypto, per Gutschein auszahlen, sondern muss das auch wieder irgendwo anders hinschicken, was dann nochmal ein bisschen aufwendiger ist, was dann meistens auch nochmal Gebühren kostet. Und deswegen hier ganz klar meine Meinung, danke für die Empfehlung, aber nichts für mich und vor allem nichts für meine passive Einkommens-Playlist. Wie immer aber auch sehr gerne eure Meinung, eure Erfahrung dazu im Chat oder in die Kommentare. Vielleicht hat ja sogar jemand schon eine Möglichkeit gefunden oder ein Skript sich gebaut, mit dem man diese Bestätigung, die denn da immer mal wieder aufpoppt, irgendwie umgehen kann oder automatisieren kann. Stand jetzt habe ich von sowas aber noch nicht gehört.